Jetzt sind wir online. Liebes Publikum zu Hause und liebe Gäste hier im Webex-Videomeeting, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung des Begleitprogrammes zur Ausstellung Mindbombs visuelle Kulturen politischer Gewalt, die wir hier im Haus gestern eröffnen konnten. Unter dem Titel ABC des Terrorismus greift die Veranstaltungsreihe grundlegende Begriffe aus dem Kontext der Ausstellung Mindbombs auf, um sie in Diskussionsforen und Künstlergesprächen aus wissenschaftlicher Perspektive publikumsnah zu erläutern und infrage zu stellen. Unter Mitwirkung des wissenschaftlichen Beirats der Ausstellung und mit Gästen aus Publizistik, Politik, Sozialarbeit und mit Betroffenen greift sich die Reihe wichtiger Aspekte und Akteurinnen der Terrorismusforschung und Extremismusprävention heraus. Und heute, ein Tag vor dem 20-jährigen Jahrestag von 9-11, dem Anschlag auf das World Trade Center und andere Einrichtungen in den USA, lautet unsere Auftaktveranstaltung A, die Anschlag. 20 Jahre 9-11, wie erinnern wir diesen Tag des Terrors? Die Live-Aufnahmen der einstürzenden Türme des World Trade Center dokumentieren ein globales Krisenereignis von bis 2001 noch ungekannten Ausmaß und sind zugleich ein Zerrbild der Mediengesellschaft. Einerseits wurden die Bilder des Terrors von den Medien rund um die Welt simultan übertragen und für das fassungslose Publikum kommentiert. Andererseits drohte ihre massenhafte Verbreitung in unzähligen Variationen und endlos Schleifen in einen Terror der Bilder umzukippen. Diese Ambivalenz wirft wichtige Fragen zur Krisenberichterstattung am und nach dem 11. September 2001 auf, den wir heute nachgehen wollen. Wie wurden die Aufnahmen des 11. September in den Medien präsentiert? Wie haben Sie die anschließende Krisenberichterstattung beeinflusst? Welche Wirkung hatten Sie auf die Zuschauer? Welchen Einfluss hatte der 11. September auf das Feuilleton? Wie prägen die Ikonen der Katastrophe unser historisches Bewusstsein? Im Gespräch werden die Echtzeitübertragung sowie die inszenierte Medienrealität über Retter, Retter und Opfer erinnert. Die Freund- und Feindbildkonstruktionen in der Krisen- und Krisenberichterstattung analysiert und die Ikonologie im Zeichen des 11. September reflektiert. Wir haben zu Gast, Sie sehen sie hier schon im Bild, Julie von Kessel, Journalistin, ZDF-Redakteurin und Reporterin und Autoren. Julie von Kessel war am 11. September 2001 live vor Ort als ZDF-Reporterin am World Trade Center im Einsatz und interviewte die den Gebäuden entfliehenden Menschen. 2020 veröffentlichte, oder ich glaube es war 2019, veröffentlichte von Kessel ihren Roman »Als der Himmel fiel« über Familie, Freundschaft und Verrat und die Leserinnen und führt die Leserinnen in das New York von 9-11. Aus dem Roman wird sie hier auch lesen gleich. Sonja Zegri, Journalistin und seit 2020 Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, ist seit 2020 Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sonja Zegri hat mehrfach zur Frage, was ist Terrorismus und über die Funktion beziehungsweise Wirkung des Blicks auf politische Gewalt und terroristische Akte für gesellschaftliche Prozesse sowie über die Veränderungen des Feuilletons seit 9-11 geschrieben. Stefan Weichert ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Er studierte Soziologie, Journalistik und Psychologie in Trier und Hamburg und absolvierte mehrere Forschungsaufenthalte in New York, Washington und Kalifornien. Weichert promovierte über die Medienberichterstattung anlässlich der Terroranschläge vom 11. September 2001 und befasst sich seitdem mit öffentlicher Krisenkommunikation und Krisen im medialen Kontext. Er ist seit über zwei Jahrzehnten im Hochschulmanagement und in der Journalistenausbildung tätig, davon über zwölf Jahre bereits als Professor für digitalen Journalismus in Hamburg und Berlin und seit 2020 leitet er das Rocha-Institut für digitale Resilienz, einen gemeinnützigen Think-and-Do-Tank für nachhaltige Innovation, Medienkompetenz und Digitalisierung. Und bevor ich jetzt an den Kurator der Ausstellung Mindbombs, Dr. Sebastian Baden, übergebe, der das Gespräch heute Abend auch moderieren wird, möchte ich Sie zu Hause auch auf die Möglichkeit hinweisen, sich über YouTube, bei YouTube im Chat an unserem Gespräch zu beteiligen. Dazu müssten Sie sich allerdings bei YouTube anmelden, also ein eigenes Konto sozusagen eröffnen. Gerne nehmen wir dann Ihre Fragen und Kommentare mit in das Gespräch auf und ich werde Sie auch ein bisschen fragen, da können Sie gerne drauf antworten. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Teilnahme und ich übergebe an Sebastian Baden. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Veranstaltung hier bestreiten können und freue mich auch, dass es gelingt, hier ein Hybridformat anzustrengen. Frau Dennemann und ich befinden uns in der Kunsthalle in Mannheim, wo die Ausstellung Mindbombs stattfindet und wir begrüßen Gäste, die in Deutschland, in Berlin und Hamburg hier sich zugeschaltet haben, um über nicht nur unsere Ausstellung zu sprechen, die ich ganz kurz einführen werde, sondern über persönliche Erfahrungen und über einen Rückblick 20 Jahre nach 9-11. Was hat man selbst erlebt? Welche literarischen Zeugnisse sind entstanden? Welche eigenen Forschungen und wie lässt sich das Bild, das am 11. September entstand, in unserem kollektiven Gedächtnis aus heutiger Sicht interpretieren? Wir nehmen diese Diskussion zum Anlass, auf zwei Aufnahmen unserer Ausstellung zu schauen, die wir aber jetzt noch nicht zeigen. Ich möchte ganz kurz was überhaupt zum Konzept Mindbombs erklären, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Denn der Katalog, der zur Ausstellung erscheint unter dem Titel Mindbombs, macht das schon deutlich. Wir arbeiten hier zunächst einmal typografisch, um dann vom diskreten Zeichen auf das konkrete Bild überzuleiten. Denn es steht im Raum die Frage, wie drückt sich politische Gewalt eigentlich aus? Welche Formen und Medien werden hier benutzt, um eine Botschaft zu verbreiten, also Kommunikation zu erzeugen und zwar Kommunikation durch Gewalt? Und in unserer Ausstellung spannt sich der Bogen von der französischen Revolution und dieser frühen Medienrevolution, der Druckgrafik, die den Terrorismus begründet hat, bis hin in die Gegenwart. Und 9-11 ist ein besonderes Ereignis, denn es bietet auch innerhalb unseres Ausstellungskonzeptes eine, wenn man so will, mediale Zäsur, denn das digitale Zeitalter orientiert sich an diesem Event. Und wenn wir heute über 9-11 sprechen, spielt auch die Erfahrung hinein, wie haben sich die sozialen Medien, wie hat sich das Internet, wie haben sich auch die Presse- und Berichterstattung und die journalistische Arbeit seither verändert? Was ist schneller geworden? Was ist besser? Was ist schlechter geworden? Und wie kann man sagen, wird in der Gegenwart mit dem Terrorismusbegriff gearbeitet, sowohl in der Politik als auch in der Kunst und in der Medienberichterstattung. Und der Begriff Mindbombs wurde von uns gewählt, um den Terrorismusbegriff kritisch zu hinterfragen. Mindbombs ist ein Begriff aus dem Marketing, es stammt eigentlich aus dem Guerilla-Marketing und bedeutet, eine bestimmte Botschaft als Form der Gedankenbombe in Deutsch zu artikulieren, also ein Publikum emotional über Bilder zu erreichen und zwar über Bilder, die nicht erfreuen, sondern die schockieren, die erschrecken, die in Angst versetzen und damit eine politische Bewegung in Gang setzen. Und terroristische Kommunikation ist diese Form von Mindbombs, über die wir sprechen wollen. Und innerhalb der Ausstellung versuchen wir mit unterschiedlichen Kunstwerken das Themenfeld zu erarbeiten und haben das Ganze in drei Sektionen geteilt, nicht nur die historische Sektion, die eben vom 19. Jahrhundert bis ins 21. reicht, sondern gerade in der Gegenwart wollen wir auch zeigen, wie die dschihadistische Online-Propaganda, besonders des sogenannten Islamischen Staates, funktioniert. Nicht indem wir sie zeigen, sondern indem wir Kunstwerke präsentieren, die sich diesen Medien annehmen und zerlegen, also einen Werkzeugkasten bieten, wie man eine kritische Ikonografie entwickelt, um derartige Bildzeugnisse besser zu verstehen und auch interpretieren zu können. Und demgegenüber schließt die Ausstellung mit einem Blick auf den NSU-Komplex, also die Kontinuität rechtsextremer Gewalt, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch international. Und damit die Frage, wie drückt sich rechtsextremistische Gewalt medial aus, welche Zeugnisse gibt es und wie wird vor allem auch der Opfer gedacht? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die uns heute begleitet. Wie ist der Unterschied zwischen der Darstellung dieses sensationellen Ereignisses eines Anschlages und was bedeutet das wiederum für das Gedenken der Opfer, für die Zivilgesellschaft und auch die Stärkung einer demokratischen Gesellschaft in Erinnerung gerade an einen solchen Tag? So viel zur Einleitung und um Sie alle über ein künstlerisches Format an das Thema heranzuführen, würde ich sehr gerne zunächst an Frau von Kessel das Wort übergeben, die nämlich als Autorin mit diesem Buch firmierte. 2019 ist es erschienen, Frau Dennemann hat es bereits erwähnt, Als der Himmel fiel, ein Roman, der gerade aus der Perspektive unserer Kunstinstitution betrachtet, zwei Dinge verbindet, nämlich bildende Kunst, insofern als es hier auch um künstlerische Arbeiten und Galerien in New York geht, die Entwicklung zweier Protagonistinnen, Ophelia und Franka, deren Leben an Universitäten und in der Welt der Kunst, also ein Entwicklungsroman, der zwei Personen in den Vordergrund stellt und deren besondere Erfahrungen an einem Tag wie 9-11. Und wir haben mit Frau von Kessel ausgemacht, dass wir einige Seiten aus ihrem Buch, also drei Seiten vorgelesen bekommen, also eine kurze Lesung hier zum Einstieg, um Ihnen über dieses literarische Format, also nicht über Bilder zunächst, sondern über die Darstellung und Beschreibung des Wortes, einen Zugang zu diesem Erlebnis oder Ereignis zu ermöglichen. Und deshalb würde ich Sie bitten, Frau von Kessel, Sie sind schon nicht mehr stumm geschaltet. Das ist gut. Und damit gebe ich das Wort an Sie weiter. Bitteschön. Alles klar. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einführung und Überleitung. Und ich werde einfach die drei Seiten lesen und dann können wir ja schauen, was sich daraus ergibt. Ein Meer aus blinkenden Blaulichtern empfing Franka, dazu unzählige, unterschiedlich heulende Sirenen. Jeder Feuerwehrwagen, jeder Notarzt, jedes Polizeiauto New Yorks schien an der Kreuzung Fulton und Greenwich Street geparkt zu sein. Trotz der allgemeinen Aufregung, die herrschte, Polizisten leiteten den Verkehr um, bauten hastig Absperrungen auf, einige versorgten Menschen, die kollabiert waren, gingen sie unbemerkt wie eine Schlafwandlerin zwischen den Fahrzeugen und Barrieren hindurch. Vor ihr lag die Rückseite des Turms. Der Notausgang war geöffnet, eine Stahltür, die vom Treppenhaus ins Freie führte. Jemand hatte einen Stein davor geschoben, damit sie nicht zufielen. Dutzende Menschen strömten heraus, Sekretärinnen, Angestellte, Broker, verschwitzt von den vielen Stockwerken, die sie zurückgelegt hatten, erleichtert, verwirrt. Einige sahen nach oben. Eine Frau schluchzte laut. Ein Mann murmelte etwas von seinem Laptop, den er oben gelassen hatte. Polizisten versuchten, die Menschen, die auf dem Bürgersteig herumirrten, irgendwie in eine Richtung zu lenken. Hier entlang, alle hier entlang bitte, Richtung Norden, sie müssen Richtung Norden gehen. Ihre Arme ruderten wie Windmühlen, manche hatten Trillerfalten dabei. Überqueren Sie bitte sofort die Straße, nicht stehen bleiben. Franka war die Einzige, die der Menschenmenge entgegenging, langsam und bedächtig. Etwas zog sie an, sie wollte zu der Tür, zu dem Notausgang, aus dem alle strömten. Niemand schien sie wahrzunehmen, als wäre sie unsichtbar. Ein Geist. Es war merkwürdig, nicht gesehen zu werden. Sie fühlte sich unantastbar, erhaben über die Dinge, die um sie herum passierten. Lucius hatte sie ein paar Kreuzungen weiter nördlich auf dem Weg hierher zurückgelassen. Sie waren zusammen den Broadway hinuntergelaufen, bis er plötzlich stehen geblieben war und nach oben gezeigt hatte. Was ist das? Kleine schwarze Flecken lösten sich vom Gebäude und fielen strudelnd vor dem blauen Himmel nach unten. Waren es Trümmerteile? Wieder brach etwas von oben ab. Das sind Menschen, hatte er auf einmal entgeistert gerufen und dann noch einmal leiser. Das sind ja Menschen. Franka, die bis zu diesem Zeitpunkt seine Hand gehalten hatte, machte sich los und ging weiter. Was machst du? Hatte er hier hinterhergerufen. Doch sie hatte nur den Kopf geschüttelt. Sie konnte nicht stehen bleiben. Etwas zog sie an. Sie wollte weiter sich nicht aufhalten lassen und so mischte sie sich unter die Schaulustigen, von denen sich immer mehr auf den Bürgersteigen versammelt hatten. Jetzt schritt sie zwischen den schreienden, mit Armen rudernden Polizisten hindurch, deren Anweisungen sie ignorierte. Fast war sie an der Tür angekommen. Zwischen den Menschen, die sich herausquetschten, konnte sie schon eine Treppe ausmachen, die nach oben führte. Plötzlich packte sie jemand fest am Arm und sie hatte eine Schiebermütze mit Sonnenbrille und Schnauzer voll im Gesicht. Was tun Sie hier? Franka starrte den Polizisten benommen an, ohne zu reagieren. Er riss sie von der offenen Tür zurück. Sind Sie wahnsinnig? Sie können unmöglich da hinein. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. Sie regte sich nicht. Die Welt um sie herum hatte sich von der Realität abgekoppelt und schwebte vor ihr wie ein Traum oder ein Film, nicht wie etwas, das ihr gerade passierte. Haben Sie mich nicht verstanden? brüllte der Polizist. Schließlich schleifte er sie grob auf die andere Straßenseite hinter die Absperrung, sodass sie beinahe hingefallen wäre. Sie wollte gerade protestieren und sich losmachen. Da hörte sie ein Rumpeln, ein polterndes Grollen, das sich zu nähern schien und immer lauter wurde, wie ein Erdbeben oder ein Zug in einem Tunnel. Sie sah hoch. Wie Karten klappten die obersten Stockwerke zusammen, anfangs noch nacheinander, dann kollabierte der Turm in einem immer schneller werdenden Fall. Der Boden unter ihr stieß einen tiefen, schweren Seufzer aus, befolgt von einem Krachen. Dann schlug ihr eine weiße Wand aus Asche entgegen. Franka wurde nach hinten geschleudert. Dichter Qualm umgab sie. Sie schloss die Augen und hupt den Arm intuitiv vor ihr Gesicht. Vielen Dank. Die Szene steht an einer besonderen Stelle auch in diesem Buch. Inwiefern könnte man sagen, hat diese Erfahrung für die Protagonistin des Romans eine Bedeutung in der Entwicklung der Handlung? Bevor wir dazu zu sprechen kommen, was das für Sie als Autorin bedeutet. Eigentlich geht es in dem Buch um verschiedene Traumata und wie Menschen mit traumatischen Erlebnissen umgehen. Ich glaube, das war das, was ich so ein bisschen untersuchen wollte. Diese beiden Cousinen hatten beide unterschiedliche traumatische Erlebnisse gehabt. Die eine Cousine hat auch noch einen Lehrer, der ein wirkliches Trauma erlebt hat und eigentlich nur verdrängt. Und auch diese Franka verdrängt relativ viel und hat eine traumatische Geschichte in ihrer Kindheit gehabt. Und sie eigentlich entgleitet ihr Leben immer mehr. Und dieser Hintergrund von der Anschläge macht es dann eigentlich unmöglich, noch weiter zu funktionieren. Also sie fängt, sie siegelt sich dann ein in dieser Galerie und kommt nicht mehr raus und im Grunde genommen, she shuts down. Ja, also sie kann eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Und das ist ja das, was Trauma mit einem macht. Man kann dann nicht mehr funktionieren. Das war dieser Moment, den Sie hier in der Passage schildern, der ja auch eine Verdichtung von Zeit bedeutet. Also die Erfahrung des ersten Einschlages kurz vor neun, an diesem 11. September, Ortszeit in New York, bis zu dem zweiten Anschlag um kurz nach neun, also als der Südturm getroffen wurde, das Ereignis, das die meisten Menschen erinnern, weil es eben auch zentral medial übermittelt wurde, bis zu dem Stunden später stattfindenden Moment des Einsturzes. Es wird ja sehr verdichtet von Ihnen hier dargestellt. Und das ist eigentlich etwas, was man psychologisch auch so erklären kann, dass gerade eben die Traumaerfahrung in bestimmten Momenten einerseits dehnt, aber auch verdichtet, sodass man ihn sehr, sehr gut erinnern kann. Und inwiefern ist hier Ihre eigene persönliche Erfahrung dieses Tages dann eingeflossen? Und wie kann man sagen, haben Sie aus der Nahperspektive das erlebt? Ja, also eigentlich relativ so. Es ist interessant, dass Sie sagen, dass das verdichtet ist. Der Gedanke war mir eigentlich noch gar nicht gekommen. Also ich habe es eigentlich nicht so unähnlich erfahren, nur dass ich jetzt nicht versucht habe, ins Gebäude zu kommen, aber ich ging auch relativ nah. Also wir haben, ich habe damals im ZDF-Studio gearbeitet und das war jetzt auch mein erster Job. Ich hatte da noch nicht sehr viel Erfahrung. Aber an dem Tag hatte ich schon relativ viele Interviews und wir mussten ja auch immer sehr früh kommen wegen der Zeitverschiebung nach Deutschland. Weil das Heute-Journal wird um Viertel vor drei überspielt. Das war immer das, was, also bis dahin musste das Tageswerk vollbracht sein. Und deswegen waren wir alle immer früh da und ich hatte an dem Tag Interviews bei der Fashion Week, genau. Es war Fashion Week in New York und ich hatte lange darauf hingearbeitet. Auf jeden Fall kam ich an, so gegen acht und bereitete mich auf den Dreh vor und dann kam der Studioleiter des ZDF-Studios, Udo van Kampen, rein in unser Büro und sagte, da ist, mach den Fernseher an, da ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und wir haben das dann angeschaut, so fünf bis zehn Minuten. Und dann dachte ich, okay, das ist ja wirklich schlimm. Also wir dachten irgendwie, es sei ein Sportflugzeug oder ein Hobbyflieger, weil in der Woche zuvor war ein Fallschirmspringer auf der Freiheitsstatue gelandet. Und deswegen dachten wir, es ist irgendwie so ein Stunt, der schiefgegangen ist. Und irgendwie, also das Loch, da war irgendwie noch nicht so, es war jedenfalls das Ausmaß überhaupt nicht zu erkennen, jedenfalls nicht für mich jemand mit so wenig Erfahrung. Und dann bereitete ich mich vor, der Kameramann kam und wir wollten dann losgehen zur Fashion Week und dann kam der Udo und sagte, jetzt ist irgendwie ein zweites Flugzeug. Und dann dachte ich, ach, der hat bestimmt, das war bestimmt eine Wiederholung. Also der irrt sich. Und dann sagte er, aber ihr müsst jetzt dorthin fahren. Das ist das einzige Team, was wir haben und du musst jetzt mit dem dorthin fahren. Und ja, und das war für mich an die, also ich dachte dann wirklich nur so an praktische Dinge. Ja, ich fand es nervig und ich dachte irgendwie, was sage ich jetzt den Tommi-Hilfiger-Leuten? Und dann sind wir runtergelaufen und haben uns in ein Taxi gesetzt und das Taxi ist direkt hinter einer Feuerwehr hergefahren, sodass wir ganz schnell dort waren. Und als wir dann ausstiegen aus dem Taxi und auf die Twin Towers zu liefen, da habe ich das überhaupt erst so angefangen zu begreifen, was los war. Und die Leute kamen mir entgegen und sahen, und die schrien, die waren alle so außer sich und sagten, seht ihr, wie die Leute da springen? Da springen und fallen Menschen aus den obersten Stockgarten. Und das ist auch für mich nach wie vor eigentlich das, das schlimmste Bild, ist dieser schwarze Fleck vor dem blauen Himmel. Und das haben wir dann auch gesehen, sind weiter darauf zugelaufen und dann dachte ich so, jetzt mache ich einfach diese Vox Pops, diese Interviews mit den Menschen, die rauskommen. Und habe aber auch weiterhin nicht gedacht, dass es gefährlich sein könnte. Und dann sind wir relativ nah an die Tür eben gekommen und ich wollte die Interviews machen. Dann kam ein Polizist und hat gesagt, ihr müsst auf die andere Straßenseite. Es ist gefährlich, überall fallen Trümmer. Es fielen auch tatsächlich ja überall diese Blätter und Papier. Und dann sind wir auf die andere. Ich habe dann noch mit ihm argumentiert, also versucht irgendwie zu diskutieren, wollte natürlich dort stehen bleiben, hatte auch meinen Chef im Nacken und wollte für den irgendwie die besten Bilder holen. Und da denke ich immer noch dran, dass dieser Polizist uns natürlich das Leben gerettet hat. Wir sind dann auf die andere Straßenseite gegangen und dann haben wir die Leute interviewt, die rauskamen. Und vielleicht so beim fünften Interview oder sechsten. Deswegen für mich war das alles relativ schnell aufeinander. Aber natürlich, in der Realität war es bestimmt nicht so. So, und dann bei dem fünften oder sechsten Interview hörten wir eben dieses herannahende Grollen und schauten hoch und dann stürzte das Gebäude ein. Und ich habe bestimmt vier Sekunden drauf gestarrt, ohne es irgendwie zu verstehen, was passiert. Und dann der nächste Moment war eben diese Aschewolke und dann haben wir uns verloren, der Kameramann und ich, und sind dann in unterschiedliche Richtungen gerannt. Und es ging ja dann nichts mehr, ja, kein Handy und nichts. Also als ich dann so halbwegs genug, ich war dann auch so aschebedeckt, aber bin dann irgendwann dieser Wolke entkommen und sah auf mein Handy und sah eben, nichts funktioniert mehr, ich kann niemanden wissen lassen, dass ich lebe. Und dann bin ich in ein Deli gelaufen und da waren nur zwei, drei Menschen drin, die kauerten alle unter den Tischen. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es ein Telefon? Ihr lebt mir das so entgegen. Und dann habe ich im Studio angerufen, um die das wissen zu lassen. Und auch da, es war irgendwie dann so klar, dass alles anders war. Da ging auch niemand dran mit ZDF oder so, sondern nur so, ja. Ah, mein Chef sagte nur, ja. Und ich sagte, ja, ich bin es. Also wir haben es irgendwie, ich habe es überlebt und ich komme jetzt hoch. Und dann bin ich relativ schnell ins Studio gefahren und habe dieses Band abgegeben, das irgendwie, man denkt eben an solche Sachen, ja, ich muss das Band abgeben. Warum habe ich solche Schuhe angezogen? Ich kann, wegen dieser Schuhe werde ich jetzt heute sterben, weil ich kann dieser Aschewolke nicht entkommen, weil ich die ganze Zeit umknicke. Ja, ich hatte so Sandalen. Naja, also jedenfalls war es irgendwie so, ähm, Genau, es war einfach was sehr Unvermutetes, was so über einen rein krachte, über uns kam und, und, äh, Ja, und dann, ähm, bin ich im Studio angekommen und habe alles abgegeben. Und dann gab es noch 20 Minuten des Zitterns, bis der Kameramann auch kam. So viel Glück hatte der es aufgeschafft. Ich weiß noch, auf dem Weg dann im Studio gab es auch so eine Situation, dass ganz viele Menschen mir über die Schulter, ich hatte dann eine Frau angehalten, ja, ähm, im Auto und gesagt, können Sie mich ein bisschen mitnehmen? Und die war auch völlig, stand völlig neben sich und sagte, klar, ja, ja, wohin müssen Sie? Und dann fuhren wir im Auto und dann sahen wir, weil die Straßen waren ja voll, ganz viele Menschen, die hinter uns, also auf etwas zeigten und schrien. Und dann sagte ich, fahre weiter, ich drehe mich um, weil ich irgendwie dachte, einer von uns muss jetzt schauen, worum es geht, weil es gab, war ja immer noch das dritte Flugzeug in der Luft, ja, wir wussten nicht, ob es das, naja, und da sah ich eben, dass der zweite Turm eingestürzt war und habe ihr das gesagt, ja, und die hat mich dann ins Studio gebracht. Diese fremde Frau habe ich nie wieder gesehen. Frau von Kessel, Sie haben ja den Kameramann bereits erwähnt, gab es eine Diskussion über den Ausschnitt in dem Moment von der Position, wo Sie gefilmt haben, Sie sprachen ja bereits von den Interviews und meine Brücke führt jetzt eben zu den Bildern, zu den anderen Bildern, nämlich von den Türmen. Wie war zwischen Ihnen die Kommunikation, was ist jetzt wichtiger, muss man den Turm filmen, filmt man die Menschen, welcher Moment des Ausschnitts war in dem Moment in der Diskussion aus journalistischer Perspektive? Ja, also das ist eine interessante Frage, weil dieses Ereignis war ja von vorne bis hinten oder zumindest kurz nach dem ersten Einschlag, ab dem Zeitpunkt waren alle Kameras draufgerichtet und die ganze Welt konnte zuschauen und da ich also wusste, das Bild der brennenden Türme, das haben wir, das brauche ich nicht zu filmen, wusste ich, dass es am besten ist, einfach mit Menschen zu sprechen oder mit der Feuerwehr und so weiter, aber so weit kamen wir ja gar nicht. Wir haben ja eigentlich nur 15 Minuten, 20 Minuten gefilmt. Also da hat bestimmt so ein paar Einstellungen gemacht, als wir darauf zuliefen und dann diese Interviews. Aber genau, natürlich ist dies ein Ereignis gewesen und gerade, ich finde auch gerade dieses Zuschauen hat es so besonders schlimm gemacht, weil sich eben so ein Grauen entfaltete und man konnte eben nichts tun. Und dieses Gefühl, nichts tun zu können, das habe ich dann noch mal vor ein paar Wochen, als diese Bilder aus Afghanistan kamen und dort auch die Männer von den Flugzeugen fielen, da habe ich noch mal sehr stark dran zurückgedacht oder hat mich noch mal sehr stark in diese Zeit zurückgeworfen, weil es eigentlich ja wirklich das gleiche Bild ist, ja, dieser schwarze Fleck vor dem blauen Himmel und nach 20 Jahren irgendwie schließt sich so der Kreis. Das fand ich ziemlich schrecklich oder ziemlich beeindruckend. Tatsächlich, die Aspekte Nähe und Distanz sind an der Stelle sehr, sehr relevant. Ich habe gerade eine Rückkopplung am Mikrofon. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt auch den Ton hören, der bei Julie von Kessel ankommt. Ah, verstehe. Gut. Soll ich mich leise schalten, während Sie sprechen? Vielleicht könnten Sie sich ganz kurz durchschalten, genau, und ich würde Sie dann bitten, sich wieder nicht mehr zu entmuten, weil ich gerne auf Seite 302 in Kapitel 5 noch eine ganz kurze Passage Ihres Buches hier zitieren möchte, um dann auf Herrn Weichert überzuleiten. Es geht hier um Kyrill und Steve, die zu Hause sitzen, auf dem Sofa und unter dem Go-East-Graffiti rauchen, während sie immer wieder auf einen kleinen Fernseher starrten, den Luzius aufgetrieben und in die Ecke gestellt hatte. Seit Stunden liefen dieselben Bilder. Der Explosionspilz am Südturm, der Rauch, der aus den Kratern quoll, der Einsturz. Keiner hörte richtig zu. Kyrill sprang nervös auf. We are fucked. Er und Steve stiegen wieder die Treppe hinauf aufs Dach, um erneut die Realität mit der Fernsehwirklichkeit abzugleichen. Doch dort war weniger erkennbar als bei CNN. Die Südspitze Manhattans war jetzt vollkommen eingehüllt in den gelblich-grauen Qualm, der über den Trümmern hing und den auch der Wind nicht wegzuwehen vermochte. Er saß wie eine Glocke über der Insel. Und diese Stelle, die zeigt eigentlich die enorme Diskrepanz bei der Wahrnehmung dieses Ereignisses von dem, was Sie auch als Eigenzeugin, Augenzeugin vor Ort erleben konnten. Und das, was, wie Sie sagten, eine ganze Weltgemeinschaft eigentlich erlebt. Nämlich für Sie der große Ausschnitt mit eigentlich einer Mikroperspektive, während die Welt einen Mikroausschnitt mit einer Makroperspektive zu sehen bekam. Nämlich die Mattscheibe des Fernsehers mit einer immer wiederkehrenden Bildfolge. Und jetzt würde ich Sie ganz kurz fragen, diese Szene, wie ist die entstanden in dem Roman? Als auch eigene, aus eigener Anschauung, aus der Situation heraus? Also ich war ja dann vor Ort, aber ich weiß, im Studio war eben unser Studioleiter und dann noch die anderen Producer und auch eine Praktikantin. Und ich weiß, dass die mir immer erzählt haben, dass sie immer aufs Dach gelaufen sind, um zu schauen und die aber weniger sehen konnten, als sie aufs CNN gesehen haben. Genau. Und dass die Praktikantin irgendwann runterkam und sagte, jetzt steht ja irgendwie gar nichts mehr. Und alle sagten, echt, das kann ja eigentlich nicht sein. Also und erst aufs CNN ließ es sich verifizieren, dass beide Türme eingestürzt waren. Genau. Interessant. Dörte, könnten wir die beiden Bilder aufrufen, die ich vorbereitet habe? Denn bevor ich jetzt Herrn Weichert aktiviere mit einer Frage, wollte ich den Blick kurz auf die Werke von Thomas Ruff und von Gerhard Richter lenken. Zunächst einmal sehen wir hier das JPEG New York Number One aus dem Jahr 2004. Das ist in unserer Ausstellung gezeigte Werk, hat hier die Maße 110 mal 78, also ein durchaus größeres Mittelformat. Es gibt aber auch Großformate der gleichen Aufnahme. Und das, was Thomas Ruff hier gemacht hat, ist tatsächlich aus dem Internet gezogene JPEGs mit Algorithmen zu bearbeiten, um sie zu vergrößern. Er war auch wie Sie, Frau von Kessel, vor Ort in New York, aber er sagt, seine eigenen Bilder haben nicht genügt oder waren unverwertbar. Und er hat sich dann eben die Strategie entwickelt, mit vorhandenen Fotografien zu arbeiten, die aber aus dem Internet kommen und dadurch ja von der JPEG-Qualität nur niedrige Auflösungen aufweisen. Und seine künstlerische Arbeit besteht darin, dieses ikonische Material zu bearbeiten, zu vergrößern und uns eine Form von Indexikalität vorzuführen, die in sich die Frage trägt, was ist ein Bild? Wo liegt eigentlich die Wahrheit des Indexes? Also die Realität, über die Sie gerade sprachen, die die Medien wie CNN transportieren und die man in der Realität vor Ort gar nicht wahrnehmen konnte. Also hier beide Türme des World Trade Centers getroffen von den Flugzeugen, der Rauch und Qualm als Index eben dieser Katastrophe und im Vordergrund wuchtigtes Empire State Building. Also ikonografisch auch ein extrem passend komponiertes, auch vom Zufall her komponiertes Bild, das Thomas Ruff hier in Szene setzt. Und das uns zum nächsten Bild führt, nämlich die Bearbeitung des Malers Gerhard Richter, der das Bild September in fast zierlicher Ausmaße bringt, nämlich 66 mal 89 Zentimeter, also ungefähr so groß wie ein mittlerer kleiner Flachbildschirm, den man zu Hause findet. Also der Fernsehapparat auch zu damaliger Zeit, wo die Fernseher noch etwas kleiner waren als heute. Und Gerhard Richter nimmt seinerseits Fotos, die an 9-11 entstanden sind, um das realistische Bild in ein Ölgemälde zu übertragen, so wie es für seine Malweise eigentlich ganz typisch ist, um dann das Gemälde zu verunklären, also mit dem Rakel die Eindeutigkeit zu verwischen, sodass nur noch die Spuren da sind. Und das, was man sagen kann, eigentlich das Bild vor Ort war, nämlich Rauch und Unsichtbarkeit. Und wir haben hier in der Ausstellung eine Fotografie, also eine Reprofotografie des Künstlers selbst, der hier eine Edition nochmal aufgelegt hat und somit das mediale Bild malerisch reproduziert und erneut fotografisch reproduziert, also auf eine Meta-Ebene bringt. Und das ist für die Frage unserer Ausstellung eben relevant. Wie haben sich die Bilder verändert? Welche Medialität weisen sie auf? Und wie entsteht also in unserem kollektiven Gedächtnis diese Ikone, von der man sagen kann, das Medienereignis wird zu einem Mediendenkmal? Das ist jetzt das Stichwort, um Herrn Weichert ins Boot zu holen, in die Diskussion. Sie haben über das Medienereignis und Krisenberichterstattung promoviert, lange Jahre darüber gearbeitet. Und ich kann kurz eines Ihrer Frühwerke hier hochheben, eine kollektive Arbeit, Bilder des Terrors, Terror der Bilder über die Krisenberichterstattung am 11. September. Eine der frühesten Publikationen, die jetzt spezifisch in Deutschland aus kunstwissenschaftlicher und medienwissenschaftlicher Perspektive entstand. Am Warburg-Haus in Hamburg war die Diskussion und fanden die Vorträge statt. Und Sie bringen in Ihrem Beitrag, Herr Weichert, hier die Frage auf von der Live-Katastrophe zum Mediendenkmal, das medialisierte Krisenereignis. Und da wollte ich fragen, wie geschieht es? Wie entsteht ein solches Medienereignis? Welche Ritualisierung kann man erkennen? Und was führt dazu, hier von einem Denkmal zu sprechen? Ja, ganz einfach gesagt, die Medien formen und verformen natürlich auch ein solches Ereignis. Sie begleiten das Publikum auf einer Reise, auf einer Transformation, auf einer Bewältigung ihrer Trauer über einen solchen Terroranschlag versuchen zu interpretieren, einzuordnen und haben dies verschiedentlich auch getan, tragen aber mit ihren eigenen Regeln zu einer Art von Inszenierung bei. Das heißt, sie fügen das Bild erst mal in diesen Kasten, den wir Fernseher nennen. Heute guckt ja niemand mehr analoges Fernsehen, sondern nur noch Streaming. Also das ist jetzt 20 Jahre später völlig revolutioniert und anders geworden. Sie erklären, sie labeln dieses Ereignis. Das Apokalypse hat man häufig gehört und gelesen. Sie rahmen das Ganze also und deswegen spricht man auch von einer Art Ritualisierung. Und am Ende dieses Prozesses steht natürlich das Gedenken und es entsteht so etwas wie ein Mediendenkmal. Also ein Denkmal der Erinnerung, der Trauer, der Begegnung, um damit fertig zu werden. Ich finde es übrigens interessant, dass Frau von Kessel wahrscheinlich vielleicht auch zu ihrer eigenen Verarbeitung dieser Erlebnisse einen Roman geschrieben hat. Bei mir war das etwas anders. Ich habe eben zu diesem Thema dann promoviert und das war auch für mich eine Art der wissenschaftlichen, aber auch der persönlichen Verarbeitung. Ich habe mich also gezwungen, gewissermaßen Stunden um Stunden Fernsehmaterial zu sichten von allen deutschsprachigen Sendern, habe natürlich auch viel CNN-Material mir angeschaut. Und ich hatte das große Glück, dass ich an ein Marktforschungsinstitut geraten bin, die zufälligerweise diese gesamte Fernsehberichterstattung aufgenommen und archiviert hatte, auf VHS-Kassetten, wenn Sie das noch kennen, was das ist, VHS-Kassetten. Und mir dieses Material dankenswerterweise kostenlos überlassen haben. Denn meine Recherchen zeigten sehr schnell, dass die Sender selber dieses Material überhaupt nicht archiviert hatten und nicht vorliegen hatten, weil das ganz viel Live-Berichterstattung war. Also heute wird ja alles in Mediatheken und so weiter archiviert. Aber damals war das eben schwierig, überhaupt an dieses Material heranzukommen. Und diese VHS-Kassetten, die stehen heute noch auf meinem Dachboden. Das sind 300, 400 Bänder, die dort stehen. Und das ist natürlich auch historisch wertvolles Material, wenn man so will, weil das nirgendwo oder nur ganz wenig digitalisiert noch vorliegt. Herr Weichert, in Ihrem Aufsatz gibt es den dialektischen Phasenzyklus mediatisierter Krisenereignisse, so nennt sich die eine Grafik. Und da sprechen Sie von fünf Phasen. Ich glaube, aus der heutigen Perspektive der Ausstellung ist das durchaus relevant, auch wenn es schon 20 Jahre her ist, was Sie da geschrieben haben, glaube ich, dass sich diese Form, also diese Erkenntnis auch nach wie vor bestätigt. Ich weiß nicht, soll ich es kurz vortragen? Oder wollen Sie diese fünf Phasen erläutern, die da stehen? Ich würde es mal versuchen, kurz zu erklären. Das ist ja jetzt sehr wissenschaftlich und wir haben ja jetzt hier nicht nur ein wissenschaftliches Publikum, was uns zuhört. Es war so ein bisschen auch der Versuch, das wissenschaftlich zu theoretisieren, also auch einen Erklärungsversuch zu finden und auch zu schauen, gibt es in dieser Art Berichterstattung möglicherweise sich wiederholende Muster? Gibt es im Rezeptionsverhalten sozusagen Virtualisierungsmomente, die sich aus dieser Art von Berichterstattung und der Rahmung, wie ich sie eben beschrieben habe, ergeben? Und diese fünf Phasen, die ich da beobachtet habe, aus sozusagen meiner Feldforschung heraus, also aus dieser Berichterstattung, die beginnen mit einem starken Lifeness-Moment, also der Präsenz, des Dabeiseins, das sind auch diese Endlosschleifen, die man immer wieder kannte, wo man auch am Anfang verwirrt war. Ist das jetzt ein zweites Flugzeug oder ist das die Wiederholung des Ersten? Das war ja völlig verwirrend für die meisten Zuschauer und übrigens auch für die Menschen, die im Studio standen genauso. Die Moderatorinnen und Moderatoren wussten ja zeitweise selber gar nicht, wie sie das einordnen konnten, was wir da sahen. Und dieser Moment, der hat sich beim 11. September, also zum ersten Mal in der Geschichte, in dieser Form weltweit, so lange zugetragen. Es hat sich wie so ein Kaugummi gestreckt, diese Live-Berichterstattung, weil ja auch immer wieder ständig Neues passierte. Also an dem Tag sowieso, aber auch in den Tagen danach, die Aufräumarbeiten, die Trimmer oder überhaupt diese Staubwolke, bis die Stadt überhaupt mal wieder zu sehen war und wer da überlebte. Also man hatte da unheimlich lange Live-Strecke mit Sondersendungen, Brennpunkten und wirklich so eine Dauer 24-7-Berichterstattung, wie man sie vorher eigentlich noch nie erlebt hatte. Und die war sozusagen immer wieder mit Elementen wie Korrespondentenschalten, Expertenschalten oder Experteninterviews während der laufenden Berichterstattung sozusagen durchsetzt, genauso wie Fernsehen eigentlich funktioniert oder zu funktionieren hat. Aber in dem Moment geriet dieses System auch an seine Grenzen. Also man merkte, ja, jetzt kommt wieder der Experte XY und dann kommt noch der Erklärer. Und man merkte aber, dass im Grunde konnte man gar nicht das alles erklären, was sich da zutrug. Aber Fernsehen ist, wenn es auf Sendung ist, muss gesendet werden. Und eine Live-Sendung ist unwahrscheinlich anstrengend, erfordert einen hohen logistischen Aufwand und so weiter. Und das war dort ja alles gar nicht möglich, weil das so spontan eben passieren musste. Und Frau von Kessel hat das ja eben genau so beschrieben, dass es auch schwierig war, als Reporter in der Stadt unterwegs zu sein. Es sind ja auch einige umgekommen, also zumal viele Fotografen, die das als Chance gesehen haben, rauszugehen. Ich erinnere an den Fotografen Bill Biggert. Da wurde jetzt neulich erst ein sehr schönes Porträt in der FAZ veröffentlicht, weil man später, also ich glaube eine lange Zeit später, noch Bilder in seiner Digitalkamera vorgefunden hat. Denn man dachte, das ist alles verschütt gegangen, dieses Material. Aber die sind jetzt aufgetaucht, diese Bilder. Und die sind gespenstisch, erschreckend, auf ihre Weise großartig. Aber er ist einer der, auch der Medienschaffenden, die sich in dieses Risiko reinbegeben haben und am Ende umgekommen sind. Und nach dieser Phase der Live-Niss-Berichterstattung folgt dann so eine Art, ich habe das Ästhetisierung genannt. Das ist natürlich jetzt ein schlimmer Begriff, wenn man das jetzt in journalistischen Kategorien fassen würde. Aber ich glaube, Kunsthistoriker würden mir da fast schon wieder recht geben. Wir haben ja eben über Stockhausen nochmal gesprochen, dass die Ikonografie des Terrors ja etwas ist, was existiert. Weil es auch eine Art von Verarbeitung ist, selbst das so zu beschreiben. Und mit Ästhetisierung ist tatsächlich gemeint, diese Splitscreens, diese Themenlogos. Es gab viele Computersimulationen schon damals in dieser Zeit, um überhaupt zu zeigen, wie hat sich das zugetragen. Das heißt, hier überlagert die Technologie des Fernsehens oder Möglichkeiten der Grafik und der grafischen Darstellung, überlagert in gewisser Weise dieses reelle Moment und diesen Live-Niss-Effekt. Und das zieht sich eigentlich immer so weiter. Über mehrere Monate kann man das verfolgen, dass die Berichterstattung dann sehr schnell umschlug in so eine Stereotypisierung von Gut und Böse. Ich nehme an, dass Frau Sreki da gleich etwas auch zu sagen kann. Dieses Antagonistische, die westliche Welt und der Islam, also dieses Bild, was da auch in den westlichen Medien gezeichnet wurde, das Bild, was in den östlichen Medien gezeichnet worden ist, also da hat sich eine Konfrontation herausgebildet, die, wie wir wissen, ja dann auch in einer Kriegserklärung mündete. Und das alles sind eben solche Phasen, die sich sehr gut und eindeutig in der Berichterstattung ablesen lassen, bis hin dann zu dem ersten Jahrestag, wo man eben auch entweder in einer Live-Übertragung übrigens in einer großen Zeremonie in New York der Opfer gedachte. Und das wiederholt sich übrigens jetzt seit 20 Jahren immer wieder. Also jetzt ist das 20-Jährige, vor zehn Jahren war das auch ähnlich. Mich hat eben eine Deutschlandfunk-Journalistin gefragt, ob ich denn ein Ritual hätte, wie ich dieses Tages gedenke. Und ich habe mir das nie so klar gemacht. Natürlich denke ich jeden 11. September seit 20 Jahren an dieses Ereignis. Es liegt aber auch daran, dass ich immer wieder für Interviews angefragt werde und dazu Stellung nehmen darf, weil ich sozusagen als Experte eben auch für dieses Thema gelte. Das heißt, mein Gedenken besteht darin, jedes Jahr wieder neu darüber nachzudenken, was hat sich eigentlich verändert seitdem, was hat sich bei mir verändert. Mich hat dieses Thema Krisen und Krisenberichterstattung nie wieder losgelassen. Das ist bis heute mein Thema geblieben, auf einer anderen Ebene vielleicht, aber das hat auch was mit mir gemacht, als Wissenschaftler, als Person. Und deswegen gedenke ich jedes Jahr immer wieder daran, indem ich mir natürlich der Opfer gedenke, aber mir auch darüber Gedanken mache, wie entwickelt sich die Medienwelt eigentlich seitdem, wie hat sich der Journalismus weiterentwickelt oder zurückentwickelt. Und wir werden bestimmt noch gleich über soziale Medien sprechen. Und ich finde, das hat sich nicht alles zum Positiven entwickelt. Vielen Dank. Sie haben Frau Zegri jetzt schon ins Spiel gebracht. Und tatsächlich würde ich hier gerne jetzt das Wort übertragen, nämlich aus Perspektive des Ethischen und nicht nur den Begriff des Terrorismus ins Spiel zu bringen, sondern zunächst mal von der Großlage auszugehen, die in einer Redaktion herrscht. Und der Tatsache, dass Julie von Kessel schon erwähnt hat, was für sie so erschreckt fand, zum Guten in dem Fall, dass eben nicht die fallenden, sterbenden Menschen in Zeitungen abgebildet wurden, sondern dass sich die Berichterstattung, wenn man das statistisch betrachtet, sehr stark auf genau den einen ikonografischen Moment konzentriert, nämlich den von vielen, vielen Fotografen und Kameras und Fernsehteams eingefangenen Einschlag des Flugzeugs Flight 175 in den Südturm des World Trade Centers. Und wir haben im Vorgefeld, Frau Zegri, die Großlage angesprochen. Was bedeutet das für eine Redaktion? Ich musste gerade sehr daran denken, als Julie von Kessel darüber beschrieben hat, wie sie sozusagen immer noch handwerklich professionell funktioniert hat, obwohl alle Menschen völlig außer sich waren. Das sind dann die journalistischen Reflexe. Und bei allem, was dieser Tag war, war er natürlich diese sogenannte große Lage, eine Großlage, ein Großereignis, was immer, was, also das hört sich jetzt vielleicht zynisch an, aber was für Journalisten eben auch einfach besondere Tage sind, wo auf einmal sozusagen es so auch in großen Redaktionen so eine Gerichtetheit gibt. Nun war ja dieses Ereignis für Deutschland relativ früh. Man konnte gut reagieren, man konnte sich absprechen und überall liefen die Fernseher. Es war wie der Tod von Lady Di, wie der Tod von Stalin für alle, die damals gelebt haben. Jeder weiß heute noch, wo er war, als das passiert ist. Und ich weiß noch, wie dieser Tag, ich war damals relativ früh neu bei der Süddeutschen, relativ neu im Föhrtung, wie wir das erlebt haben. Und die Großlage ist eben so ein Ereignis wie eine, wie die Trump-Wahl, wie der Brexit, wie jetzt Afghanistan, der Fall von Kabul. Das sind diese Großlagen. Und dann ist es tatsächlich so, deswegen, ich kann es sehr gut nachvollziehen, was Sie da beschrieben haben. Das ist wahrscheinlich so eine Art Abspaltung. Man hat dann so ein professionelles Ich, was einen dann sehr schützt. Kameraleute sagen so was, Fotografen sagen so was, aber auch Leute, die eben nicht mit dem Bild arbeiten, sondern vielleicht mit Text, haben das ganz genauso. Man muss funktionieren und das tut man und das hält einen dann sehr aufrecht. Also das ist so etwas, was einem in so einer Situation, würde ich sagen, da haben wir den Vorteil des Berufes. Das muss man, glaube ich, sagen. Was ich tatsächlich auch noch gedacht habe, als ich sie gehört habe, ist, das Ereignis hat ja auch, und auch das muss man, also es hat Bilder fallender, also es hat diese Bilder gegeben, wo Menschen fallen. Und wenn wir sagen, wir betrachten sozusagen ethisch die Abbildung von Fotografien und sagen, wir zeigen nicht, wo Menschen sozusagen in den Tod stürzen, dann muss man ja gleichzeitig sagen, was ist eigentlich das, was es unzeigbar macht. Ist es, dass wir tatsächlich einem Menschen beim Sterben zusehen? Dann dürften wir auch die Bilder nicht zeigen, wie der Turm einstürzt. Wir dürften dann auch nicht zeigen, wie das Flugzeug in den Turm geht. Und vielleicht, das können wir gleich nochmal drüber reden, vielleicht ist es tatsächlich diese Individualisierung, dass in dem Moment, wo dieser Punkt fällt, so wie wir es jetzt wieder in Afghanistan auf dem Flughafen von Kabul gesehen haben, dass man eben einfach weiß, es ist ein Mensch, der fällt. Und wir schauen diesen Menschen, auch wenn wir nicht wissen, wer es ist, und der hat kein Gesicht, wir schauen diesen Menschen beim Sterben zu. Aber eigentlich sozusagen, wenn man es weiterfassen würde, muss man natürlich sagen, man kann alle diese Bilder nicht zeigen. In alle diese Bilder, die wir haben, also auch dieser, der Aufprall, der Einsturz, das alles ist mit dem Verlust von Menschen verbunden. Also das wäre so, das wäre so eine erste, eine erste Gedanke. Danke. Der Verlust von Menschenleben ist etwas, was die Betrachter, die Betrachterinnen beim Anblick dieser Bilder eben schockiert, also in Angst versetzt. Und diese Angst ist etwas, was uns auf einen zentralen Begriff zurückführt, nämlich Terror oder Terrorismus. In welchem Moment entscheidet die Großlage der Redaktion, dieses Wort zu benutzen? Naja, eine Redaktion ist ja nicht ein abgekoppelter Kosmos von irgendetwas anderem. Eine Redaktion ist ein Teil der Öffentlichkeit, eines kollektiven Diskurses, auch einer politischen Öffentlichkeit. Das heißt, das sind ja kommunizierende Röhren. Und der Terrorbegriff, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, der Terrorbegriff ist natürlich einer, der da sich sofort aufgedrängt hat. Es gab Vorläufe, es war nicht der erste Anschlag von Al-Qaida. Es gab, sozusagen man wusste, es gibt politischen Terrorismus, es gibt diesen Dschihadismus, diesen islamistischen Terrorismus. Es war ja dann auch sehr schnell klar, woher das kommt. Und damit war eben auch diese Bezeichnung und diese Kategorisierung war dann klar. Und wenn man, das ging ja dann weiter, wir haben sozusagen ja jetzt 20 Jahre 9-11, bedeuten natürlich auch dann einen x-ten Jahrestag von Guantanamo. Und da merkt man dann eben schon, wie das sozusagen, dieser Begriff des Terrors, dem wohnt so eine Tendenz zur Expansion in auszuweiten und die Maßnahmen auszuweiten. Und das ist etwas, was wir natürlich auch gesehen haben. Und wenn wir jetzt an diesen Moment zurückdenken, vor 20 Jahren, und Frau von Kessel hat das ja auch, das auch mit diesem Buch so eindrucksvoll zurückgebracht, dann denken wir natürlich auch noch mal daran, wie war dieses Land, wie waren wir? Wir waren alle New York, wir kannten alle Amerika, wir waren alle getroffen, wir wollten alle Wache nehmen, wir konnten das auch nicht auf uns sitzen lassen. Aber was haben wir auch hingenommen? Und was hat Amerika hingenommen an Aushebelung des Rechtsstaates, des Völkerrechts, an Verrat, an den eigenen Prinzipien? Auch das ist etwas, was aus heutiger Perspektive, manches ist zurückgedreht worden, manches ist nicht zurückgedreht worden, aber was ja auf einmal auch vielleicht tatsächlich aus Demokratieperspektive das Erschreckendere ist, wie schnell das alles über Bord geworfen wurde. Und Terror und Terrorismus ist eben ein Begriff, der bis heute benutzt wird und sich auch verselbstständigt hat und sich immer verselbstständigt. Und ich habe es irgendwann mal gesagt, es ist für Demokratien eine Versuchung, immer, sozusagen, eigentlich haben wir uns davon nicht wieder erholt. und wir haben es gerade schon gehört, diejenigen, die da sozusagen dieses, die diesem Schwarz-Weiß-Denken, die damit so kategorisiert werden, da sind wir, wir sind die Opfer und da sind die Terroristen und das ist so die, sozusagen die Illusion von Klarheit, von immerwährender Defensive, auch von immerwährender Bedrohung. Und das führt natürlich dazu, dass ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden und das sind tatsächlich in Deutschland zumindest und auch in weiten Teilen Europas sind das Muslime, das muss man ganz klar sagen, die sich davon eigentlich nicht mehr erholt haben. Wenn wir von der Perspektive der Zeitungsredaktion schauen möchten und Sie waren ja zu der Zeit auch für das Feuilleton tätig, was würden Sie sagen, gibt Ihnen die Rubriken der Kultur des Feuillons für eine Möglichkeit, sich in diesen Diskurs einzubringen gegenüber jetzt zum Beispiel den Titelseiten, Seite 3 oder Politik, welche Möglichkeit der, sagen wir mal, kulturellen Vermittlung dieses Konfliktes, auch des Kampfbegriffs Terrorismus hat sich Ihnen hier in den letzten 20 Jahren geboten und wie sehen Sie die Veränderung? Also man kann glaube ich schon sagen, ja, es gab den Historikerstreit, aber man kann glaube ich schon sagen, dass 9-11 die Geburt des politischen Feuillons war auf eine ganz bestimmte Weise, also nicht so ein Debattenfeuilltung, wo dann Großkritiker über die, weiß ich nicht, die jüngste Ringinterpretation in Bayreuth dann sich austauschen oder befähden oder angreifen, sondern wir hatten damals, das weiß ich noch, je nachdem natürlich immer auch, wer sozusagen dann das Feuilleton leitet, aber das war schon eigentlich in allen Feuilletungs, Es war ein so umfassendes Bedürfnis nach Erklärung und Einordnung, die über die Tagesaktualität hinausging, dass da das Feuilleton gefragt war. Ich erinnere mich, also ich habe, wie gesagt, zu Terrorismus viel später getroffen, geschrieben, ich persönlich hatte das ganz dringende Bedürfnis, wenn wir 9-11 als Endpunkt begreifen, ich wollte an die Anfänge, ich wollte damals irgendwann sehr schnell in den Iran, wollte sehen, welche Auswirkungen hat das da, wo kommt das her, ich wollte auch sozusagen diesen islamischen Teil, was ist das da eigentlich, das kann doch gar nicht sein, dass die alle mit Flugzeugen in Türme fliegen, das tun die doch gar nicht, wie stehen die dazu, also ich hatte, das war jetzt so ein ganz persönlicher Affekt, den ich hatte, ich weiß, dass damals Navid Kermani geschrieben hat, über die Sprache von Osama bin Laden, über dieses, ein Arabisch, das eben, wie man heute weiß, ja auch gar nicht so ungewöhnlich, aber wohl ein sehr schönes Arabisch hatte, was immer wieder auch so bestimmte theologische Anspielungen benutzt hat, dann gab es ein Bild, was eben auch aussah, wie die Genie Sulaire, das Frühstück im Freien, oder Frühstück im Grün, oder im Freien, sozusagen diese Gruppierungen, diese Bildanalysen, sozusagen, wer zeigt sich wann, mit Kalaschnikow, das waren alles Themen, die unbedingt ins Hölten gehörten, bis zur Frage, wie kann, wie, wie sozusagen, sieht die ganze Situation völkerrechtlich aus, und, sie haben in allen Redaktionen, das sind große Kollektive, da gibt es Flügel und Gruppierungen, und wir hatten auch, bei der Süddeutschen gab es eine Gruppe von Kollegen, die sich selber dann auch so spaßeshalber Belizisten genannt haben, und fanden, also man kann da jetzt durchaus mal militärisch eingreifen, und andere, und das war dann eben schon das Völkern, die gesagt haben, also es gibt ein Völkerrecht, und was wissen wir, und wie ist die Grundlage, und was kann da alles zu Bruch gehen, und was bedeutet es, wenn wir Saddam vom Sockel holen, also das war, das war für den gesamten Journalismus, aber eben auch fürs Völkern, war das eine, muss man einfach, man muss es so sehen, es war eine unglaublich fruchtbare Zeit. Ich würde die Frage, die wir, oder diese, ihre Aussage gerne auch an Frau von Kessel weiterspielen, die vielleicht berichten kann, wie das für die New Yorker Redaktion weiterging, an diesem Tag und nach diesem Tag, während aus Europa, aus Deutschland, schon gleich die große Analyseperspektive angestrengt werden konnte, man hatte ja die Bilder vor sich, was passiert vor Ort in New York, wie wird man weiter eingebunden in eine solche Live-Berichterstattung, und welche Form von Verantwortung wird diskutiert in dieser Situation? Also, ich weiß auch, dass ich zurückkam, und genau, wie Frau Zickrich sagte, genau, diese Schutzmechanismen, und dass man auch alles immer so journalistisch sozusagen, erst begreift, oder durch dieses Prisma des Journalismus alles sieht, und sich dadurch ein bisschen auch schützt, und ich weiß auch, dass ich zurückkam, und dachte, puh, das war ja wirklich schlimm, und dann sagte mein Chef, so, das ZDF zeigt nur noch den Anschlag, wir machen 24 Stunden Programm, das war ja auch das, worüber Herr Weichert gesprochen hatte, das war einfach dann die nächsten Tage ein Dauerprogramm, was wir beliefern mussten, und was wir aber gar nicht konnten, wir waren eine ganz kleine Redaktion, Ja, es war, es war danach dann, wie es so oft ist, wenn man dann vor Ort ist, hat man so viel weniger Informationen, ja, es ist ja auch heute so, wir haben einen Pool aus Reportern, die werden immer in Krisenregionen geschickt, und wenn sie, die sagen dann, okay, wenn ich gelandet bin, schick mir die Agenturen, weil die natürlich vor Ort oft viel weniger rauskriegen, als man jetzt in den Agenturen zusammengebündelt hat, ja, das geht dann um das Bild vor dem die stehen, und so war das auch ein bisschen, wir waren tagelang, es hat ja auch ganz lange gedauert, bis Busch sich geäußert hat, und bis man überhaupt richtig wusste, was passiert jetzt, ja, es war eigentlich so, man hing so in der Luft, und gleichzeitig gab es ja ständig weitere, also es dauerte eine Zeit, bis wir wussten, was mit dem dritten Flugzeug war, dann gab es weitere Bombendrohungen, dann gab es auch immer wieder Evakuierung von Gebäuden, einmal wurde Midtown evakuiert, was ich absurd fand, das sind ja 20, 30, also es ist ein großer Teil Manhattan, und ja, immer diese Panik, dass man in eine Richtung rennen muss, in die andere Richtung rennen muss, also eben vor Ort kriegt man oft, hat man nicht das ganze Bild, und wir waren oft planlos, ich war oft planlos. Diese Bildpolitik, die an dem Tag stattfindet, Herr Weichert, wie verbindet sich der Begriff Terror, Terrorismus mit diesen Bildern? Sie hatten ja in einem Beitrag über die Propaganda der Tat schon geschrieben, was lässt sich hier historisch über ein solches Bild erläutern, warum funktioniert das plötzlich so automatisch, dass Redaktionen und Reaktionen quasi gleichgeschaltet sind? Ja, das bin ich häufig tatsächlich gefragt worden. In diesem Anschlag liegt ja, was die Bildgewalt angeht, ein gewisser Perfektionismus. Dieses Gefühl, das habe ich eigentlich schon mal gesehen, nämlich in Hollywood-Streifen und kann das überhaupt wahr sein, war ja das Gefühl, was viele hatten. Und diese Bilder sind auf ihrer Weise schon damals so einzigartig gewesen, dass da auch keiner sich getraut hat, wegzuschauen oder wegzuschalten. Also es gab ja auch auf Rezipientinnen-Seite einen Zwang, dran zu bleiben an der Berichterstattung und bloß nicht irgendwie mal fünf Minuten aufs Klo zu gehen, weil es könnte ja doch noch mal was ganz anderes passieren. Und der Terrorismus über den Begriff muss man streiten, hat aber ja von der Wortherkunft die Absicht, Furcht und Schrecken zu verbreiten in der Bevölkerung. Das ist Terror, das ist der Wortsbegriff und das, was er meint. Und insofern war dieses perfekt angelegte Terrorereignis eben auch etwas, wo sich die Medien danach fragen lassen mussten, ob sie instrumentalisiert worden sind, weil sie nämlich natürlich diesen Effekt maximal verstärkt haben durch ihre Dauerberichterstattung. Das heißt, wir sind da so ein bisschen, wir sind da ganz andeutig bei einem Dilemma, bei einem so sich selbst bestätigenden Ding, was sich auch in dieser Endlosschleife immer wieder zeigte, dass die Angst nicht nur einmalig erlebt worden ist, sondern tausendfach am Bildschirm immer wieder neu erlebt wurde und die auch sehr, sehr groß tatsächlich bei vielen Menschen gewesen ist, nicht nur in New York, sondern überall auf der Welt, dass das möglicherweise der Beginn eines neuen Weltkriegs sein könnte. Dass die zivilisierte Welt so getroffen worden ist und getroffen werden konnte mit Passagierflugzeugen in Hochhäuser, die als Wirtschaftssymbole stehen, dass so eine Verletzlichkeit gegeben ist, hat, glaube ich, alle Menschen überrascht. Auch wenn es vorher natürlich schon Anschläge gegeben hat vom Al-Qaida. Es gab ja selbst auf das World Trade Center schon früher Anschläge, aber dass man mit einer solchen perfiden Kommunikationsstrategie, sage ich jetzt mal, bewusst arbeiten würde, hätte man, glaube ich, so jedenfalls als Zivilist nicht für möglich gehalten. Terrorexperten haben ja später gesagt, naja, das war ja immer möglich, Atomkraftwerke sind Gefahren, Birgengefahrenpotenzial, genauso wie Hochhäuser. Also alle zivilen, möglichen zivilen Ziele, die ja auch für die Wirtschaftskraft der westlichen Welt stehen. Und auch heute, 20 Jahre später, wenn man mit den großen Investigativjournalisten spricht, die damals sehr viel recherchiert haben, Georg Maskolo ist zum Beispiel jemand, den wir alle, glaube ich, kennen oder den Namen schon mal gehört haben, ehemalig beim Spiegel und jetzt bei dem Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, Norddeutschen Rundfunk, Westdeutschen Rundfunk, sagt ganz klar, eindeutig, das hätte so nicht laufen dürfen, dass die Fernsehmedien sich so auf diese Weise haben instrumentalisieren lassen. Und ich glaube, das muss man in dieser Ambivalenz durchaus als Medienschaffender auch noch mal reflektieren, vielleicht geht es ja aufs Neue. Ich glaube allerdings auch, dass Medien viel dazugelernt haben. Frau Sigri hat schon gesagt, also man lenkt nicht mehr so stark den Blick auf die Täter oder die Attentäter, sondern gedenkt viel häufiger der Opfer. Man zeigt, neigt weniger dazu, Sterben und Tod zu zeigen in den Medien und sich dann stärker auf die Ursachen zu konzentrieren. Aber trotzdem erleben wir in dieser Mediengesellschaft, in der wir uns befinden, einen immensen Druck erzeugt durch die sozialen Medien, wo es nämlich nicht einfach ist, für Redaktionen zu sagen, naja, wir reflektieren jetzt nochmal eine Woche und schreiben dann ein schönes Feuilleton darüber. Und ich meine das jetzt nicht zynisch, sondern dass es manchmal wirklich darum geht, zu überlegen, kann ich in diesen Sofortismus überhaupt einsteigen? Wen muss ich schützen eigentlich? Muss ich meine Zuschauerinnen und Zuschauer schützen? Habe ich so viel Information, dass ich überhaupt auf Sendung gehen kann, weil ja eine Einordnung von mir erwartet wird? Also ich glaube, da hat sich einiges an Problemen offenbart, über die sich die Medien bis dahin, bis zum 11. September 2001, so gut wie gar keine Gedanken gemacht haben und auch im Zuge dessen und was danach passiert ist, sich immer wieder selbst dabei ertappt haben, dass es doch noch nicht zu Ende gedacht ist. Also eine der, noch den Satz, eines der vorbildlichsten Reaktionen systemisch gesehen, hat die BBC aus meiner Sicht gebracht. Die hat nämlich so ein Editorial Guideline Book herausgebracht nach dem 11. September, hat sich auch intern sehr stark selbstkritisch mit ihrer eigenen Berichterstattung beschäftigt. Und diese Editorial Guidelines, die damals veröffentlicht worden sind, waren praktisch maßgeblich für viele Journalisten weltweit, woran man sich nämlich orientieren konnte und sollte. Und da ging es um auch Sprachgebrauch, wie vorsichtig muss ich Sprache verwenden, muss ich das auch teilweise hinterfragen, muss ich Kolleginnen und Kollegen schützen in Krisengebieten. Das Thema, was wir jetzt gerade in Afghanistan wieder hatten, hat die BBC damals wirklich sehr stark hervorgebracht und das thematisiert unter Verantwortungs- und unter medienethischen Aspekten. Danke. Frau Zekri, Sie haben sich schon zu Wort gemeldet und damit würde ich an Sie übergeben, bitte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich glaube, man sollte einen Aspekt, also das eine ist sicher, die Medien haben, 9-11 war, was den Umgang mit diesen Bildern angeht und sozusagen das Bewusstsein, dass man selber instrumentalisiert werden kann, hat da sicherlich viel bewirkt, das ist richtig. Das ist danach inzwischen sehr, sehr stark, jetzt ist es ja auch schon 20 Jahre her, aber diese Überlegung, was kann man zeigen, wessen Spiel spielt man da, vor welchen Karren lässt man sich spannen, also spätestens mit dem IS war das ja ganz klar, dass man einfach, das ging ja dann so weit, dass man gesagt hat, also wir zeigen nicht, sozusagen in den sozialen Medien wurden ja dann zum Teil auch von Opfern des IS, also die wurden dann, da wurden nicht Bilder gezeigt, kurz bevor sie getötet wurden, sondern man hat dann ganz bewusst Bilder dieser Menschen gezeigt, wie sie meinetwegen noch in Uniform waren oder im Kreise ihrer Lieben oder sowas, um einfach zu zeigen, ihr könnt diese Bilder nicht auslöschen, also das war tatsächlich wirklich eine visuelle Gegenbewegung. Das ist das eine. Eine andere Sache, die ich tatsächlich, also bei allem Schock und bei aller Erinnerung an diesen 11. September doch noch einmal vorsichtig einwerfen würde, 3000 Tote sind 3000 Tote, das ist richtig und natürlich ist sozusagen die westliche Welt ins Innerste getroffen worden. Ich glaube nur, man sollte bei alledem nicht ganz aus dem Blick lassen, dass es Regionen gibt dieser Welt, die schon deshalb davon nicht so wahnsinnig getroffen wurden, weil sie selber viel, viel konstantere Erlebnisse und auch unmittelbarere Erfahrungen von Tod und Zerstörung und Krieg hatten. Das heißt, diese Perspektive, die wir jetzt beschreiben, ist unsere Perspektive. Die Perspektive eines Menschen in einem anderen Teil der Welt ist eine völlig andere und das glaube ich, also man hat zum Beispiel jetzt auch gesehen, es fallen Afghanen von Flugzeugen und die Debatte hat sich so nicht mehr entspannt. Darf man das zeigen? Schwarze Punkte vor blauem Himmel sind so schön? Nein, es fallen Afghanen. Also sozusagen, wenn ein weißer Mensch fällt, ist es immer noch mal etwas anderes, als wenn ein Afghane fällt. Und das ist eine, also diese Debatte, diese Debatte, die würde ich sagen, fängt gerade erst an. Also da gibt es noch nicht so rasend viel Bewusstsein. Ich erinnere mich, wir hatten tatsächlich in der SZ, es gab dann auch eine Debatte, aber es wurden tatsächlich irgendwann mal hingerichtete Drogendealer im Irak gezeigt, also noch unter Saddam, die hingen dann von Krähen gehängt, kann man die zeigen haben, diese Menschen keine Würde. Aber das war einfach ein schockierendes Bild und wären es weiße gewesen, hätte man diese Bilder nicht gezeigt. Also insofern ist sozusagen das Glück der Unversehrtheit, dass eben Amerika als größte Militärmacht der Welt über so viele Jahrzehnte auf eigenem Boden erlebt hat, ist die Grundlage für diesen Schock und dieses Glück haben viele Teile dieser Welt nicht gehabt. Also das nur, weil ich glaube, bei der Rezeption muss man dann auch so ein bisschen differenzieren. Deswegen wollte ich das kurz einwerfen. Frau Sie haben in einem Beitrag für die Süddeutsche darüber geschrieben, dass der Terrorismus eigentlich ein Begriff für den Müllhaufen wäre. Vielleicht könnten Sie das näher erläutern. Das ist sehr wichtig, weil unsere Ausstellung, die wir hier zeigen, eben nicht Terror heißt, sondern Mindbombs. Also versucht, eine Kommunikationsstrategie zu hinterfragen, die aber durch einen Begriff wie Terror geprägt ist, also die Erzeugung von Angst. Und in Ihrem Beitrag machen Sie einen ganz interessanten Bogen, den wir auch versuchen nachzuzeichnen, nämlich wie eigentlich eine Säkularisierung dieses Begriffs durch die Französische Revolution Europa geprägt hat. Und gerade in der sogenannten Nachkriegszeit, spezifisch für Deutschland, betreffend das 20., die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Anschläge in New York, ein ganz außergewöhnliches Kriegsereignis bedeutet, das eine eigene Kollektivität erzeugt und dadurch noch mal viel stärker macht, dass Terrorismus eine weiße Gesellschaft angreift in diesem Moment und ein anderes Feindbild erzeugt wird. Ihr Kollege hat in der süddeutschen Zeigung eine Karikatur publiziert, wo Bin Laden im Fokus stand und damit automatisch der Suchscheinwerfer eines Gewehrs ein Feindbild vorgesetzt bekam. Das hat diese Karikatur eben schon kurz nach 9-11 deutlich gemacht. Und deshalb die Frage an Sie, wie kriegen wir, wie bekommt man den Begriff auf den Müllhaufen, muss das sein und wie kann man anders damit umgehen? Ich glaube, dass, was man sich klar machen muss, wenn man einen Begriff wie Terror benutzt, dass, ich habe es mal gesagt, der Begriff hat etwas Performatives, der tut etwas, der erzwingt eine Handlung. Wenn ich jemanden als Terroristen beschreibe oder einen Akt als Terrorismus beschreibe, dann erzwingt das Folgehandlungen. Das ist mit anderen Handlungen, wenn ich sage, jemand, es ist ein Verbrechen geschehen, ja, dann muss ich auch ermitteln, aber dann sind die Handlungen, die daraus folgen, die sind sozusagen militärisch und politisch nicht so weit reichen. Also wenn man, wenn ein Staatsmann einen anderen Staatsmann als Terroristen bezeichnet, dann kann der mit dem nicht mehr reden. Wir haben das gesehen bei der Achse des Bösen, die George Bush konstruiert hat. Es muss dann eine Tat folgen und das ist das, was ich am Anfang meinte, da ist so eine immanente Entgrenzung drin. Also für mich war tatsächlich ganz persönlich, ich fand es in dem Moment nicht mehr praktikabel von Terrorismus, also der Begriff schien mir nicht mehr, der schien mir einfach nicht mehr praktikabel zur Beschreibung auch dieser Post-9-11-Wirklichkeit, als ich in Beirut war und dann war ich in der Dachya, das ist dieser schiitische Viertel, wo natürlich die Hisbollah das Sagen hat und man hat liebevoll geschnitzte Statuen von Khomeini und gelbe Flaggen und dann denkt man sich, wie kann das sein, dass alle diese Menschen, Frauen hängen Wäsche auf, Kinder spielen auf der Straße und alle diese Menschen wollen jetzt Terror. Also wenn man das mal wirklich so, wenn man sich das mal wirklich so überlegt, weil das ist natürlich sind die sozusagen, da ist auch immer Zwang dabei, die Hisbollah ist ja jetzt nicht wirklich eine freiheitliche Partei, sondern natürlich auch Miliz und vieles andere mehr, aber es gibt politische Gründe, warum diese Menschen diese Organisation als etwas begreifen, dem sie etwas Positives zuschreiben und diese Gründe sind politisch oder historisch und in dem Moment, wo ich aber sage, die Hisbollah ist eine Terrororganisation, sozusagen, kann ich als Staat oder können staatliche Akteure oder auch militärische Akteure oder wie auch immer, mit denen nur noch auf eine bestimmte Weise umgehen und ich hatte und ich hatte das dann in diesem Text oder auch später sozusagen, das ist so ein geflügeltes Wort, der Terrorist des einen ist der Widerstandskämpfer des anderen und das ist, also ich finde es, ich fand ihn einfach nicht mehr praktikabel zur Beschreibung dieser Wirklichkeit, deswegen muss man jetzt sozusagen das nicht nicht billigen, nicht gutheißen oder verzeihen oder verstehen oder, also verstehen ist nie verkehrt, aber man muss sich auch damit nicht abfinden, aber dieser Begriff des Terrorismus, der eben dieses Wir, wir sind sozusagen die Opfer des Terrorismus und die anderen sind diejenigen, die uns etwas antun, wir werden nie in den Moment kommen, dass wir sagen, ja warum machen die das denn? Gibt es vielleicht eine historische Entwicklung oder gibt es politische Dinge, die dem vorangegangen sind, die da zur Entstehung geführt haben? Deswegen fand ich diesen Begriff des Terrorismus zu, ich fand ihn tatsächlich, oder finde ihn auch nach wie vor so wie er heute benutzt wird, auch mit allem, was er Demokratien an Schlechtem gebracht hat, finde ihn nicht mehr praktikabel. Es gibt in unserer Ausstellung eine, gerade ihre jetzige Ausführung illustrierend und aufgreifende Kunstinstallation von Kaderatia, ein französisch-algerischer Künstler, der sich schon seit vielen Jahren genau mit dieser Frage beschäftigt, wie hat eigentlich der sogenannte orientalistische Blick des 19. Jahrhunderts spezifisch aus Perspektive der europäischen Kolonialmächte auf den sogenannten globalen Süden Stereotype und antimuslimische Rassismen hervorgebracht, die fast stringent auf 9-11 zulaufen und von dort nochmal einen Verstärkereffekt bedeuten. Vor allem hervorgebracht durch mediale illustrierte Berichterstattung, wie das das Journal Illustri des 19. Jahrhunderts in Frankreich geleistet hat, aber auch Zeitschriften wie der Spiegel, das Time-Magazin in der Gegenwart analysieren und sogenannte wissenschaftliche Publikationen. Da liegt auch ein Buch von Walter Lacoeur zum Beispiel im Regal von Kader Attia, dass diese Frage aufgreift und uns zeigt, tatsächlich ist so eine Ausstellung und das künstlerische Medium, das das Werk eben hier bedeutet, etwas, mit dem wir versuchen, als Museum die von Ihnen hier aufgebrachte Argumentation auch zu inszenieren und zu sagen, schauen wir doch einmal hinter die Kulissen der Terrorismusberichterstattung und fragen uns, wie kommt es eigentlich zu diesen Bildern und wie wurden sie auch in der Vergangenheit in irgendeiner Form provoziert, diese Aggressionen, wo Gewalt zu Gegengewalt führt. Um das Museum an der Stelle nochmal vom Begriff der Kunst her zu beleuchten, wollte ich, bevor ich das Publikum und ein paar Fragen und Stichworte bitte, falls es diese gibt, zu Frau von Kessel zurückführen, die ja die Kunst zu einem Rahmen ihrer Erzählung macht. Inwiefern hat bei Ihnen Frau von Kessel in dem Roman die Kunst, die Galerie eine katalysierende, rahmende, erklärende, traumatologische Funktion, was 9-11 anbelangt? Ja, das sind irgendwie, glaube ich, oft so ein bisschen unbewusste Entscheidungen, die man trifft in so einem Roman und auch, weil ich damals einen Galeristen porträtiert hatte und an dem das so ein bisschen angelehnt habe, dieser so ein junges, das war so ein junges, so ein Enfant Thérive, aber natürlich auch auch wegen diesem Aspekt des Bildes, des Abbildes und der Wirklichkeit und weil das eben in vielen Situationen vorkommt. Was was ist ein Abbild von etwas und was ist eben das, was wirklich passiert und dass das schwer ist, miteinander übereinzubringen und welches ist auch wahrer. Ich kann es nicht besonders gut ausdrücken, aber ist das Abbild wahrer oder das, was man vor sich sieht, wie mit diesem CNN und vor Ort nichts wissen. Aber es war tatsächlich, muss ich sagen, eher eine unterbewusste Entscheidung mit der Galerie. Herr Weichert sitzt jetzt in Hamburg. Wir wissen, Sie müssen sich gleich auch ausloggen, wenn halb neun ist. Deshalb frage noch mal, ob es eine Frage ist. Ich habe mich mit meiner Familie verständigt. Also die Viertelstunde ist noch drin. Das ist doch schön. Herr Weichert, es gibt in Karlsruhe ein ganz wichtiges Museum, das ZKM, das Medienmuseum, das geleitet wird von dem österreichischen Künstler Peter Weibel. Und Peter Weibel hat einen ganz interessanten Beitrag verfasst in einem Symposium für die Volksbühne in Berlin. Und da spricht er von dem Attaismus. Also er nimmt Mohammed Atta zum Gegenstand seiner Erläuterung, um über Kunst, Avantgarde und die Fragestellung des Terrorismus als Konkurrenz zur Kunst zu sprechen. Und jetzt war in Hamburg zwei wichtige Dinge. Einmal die Terrorzelle, aus der Mohammed Atta hervorgegangen ist, um eben dann in New York als Attentäter ein Flugzeug zu steuern oder zumindest beteiligt zu sein. Und wenige Tage nach 9-11 hat dort Karl-Heinz Stockhausen ein Presseinterview gegeben. Und ich habe das in meiner eigenen Dissertation auch ausführlich versucht zu analysieren, wie das Stockhausen-Syndrom an der Stelle zum Ausdruck kommt. Und wie würden Sie sagen, das ist jetzt natürlich ein Zufall, dass Sie auch noch in Hamburg tätig sind, aber so ganz zufällig finde ich es eben doch nicht, weil Abi Warburg dort auch die Bildanalyse, die politische Ikonografie mitbegründet hat, indem er sagte, wir dürfen nicht nur auf die Bilder der Kunst schauen für die Kunstgeschichte, sondern wir müssen einen Atlas der Bilder zeichnen, der von der Antike bis in die Gegenwart reicht und dort bestimmte Formen der Gestik, Pathosformeln hervorbringt, also auch die Formel des Tötens, die Hand, die den Kopf hält, wie das Medusenhaupt, aber auch das Flugzeug, das ins World Trade Center fliegt. Wie lässt sich das miteinander verbinden aus der Perspektive? Sie haben ja über das Krisenereignis gesprochen und diese Ästhetisierung, die auch Herr Butler in seinem Beitrag ihrer Konferenz ausführt. Was bedeutet das für die Ästhetik und die Medienwissenschaft? Naja, ich bin ja jetzt von Hause aus kein Kunsthistoriker, sondern Soziologe und Kommunikationswissenschaftler. Deswegen versuche ich immer, die Einbettung in gesellschaftliche Vorgänge in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube aber, dass der Kunstbetrieb natürlich jedes Recht hat, auch auf seine Weise die Ereignisse zu interpretieren, zu verarbeiten. Das war schon von Anbeginn wahnsinnig wichtig. Sozusagen so Schablonen der Einordnung und dieses Ausmaßes eines Ereignisses, was keiner so richtig verstanden hat, darüber zu legen. Und nach meiner Beobachtung ist ja sogar selbst Stockhausen inzwischen fast schon rehabilitiert mit dieser Aussage, weil man jetzt vielleicht die Distanz hat von 10, 15 und heute 20 Jahren, um das vielleicht etwas anders beurteilen zu können, als es damals war. Der wurde ja sehr schnell als verrückt abgetan, aber das war auch vielleicht ein Akt der Hilflosigkeit seinerseits, die Ereignisse so zu deuten, nämlich aus seiner professionellen Perspektive. Frau Seekke hat ja eben so schön in Bezug auf Frau von Kessel gesagt, da hat man so ein professionelles Profil oder so einen Schatten, den man da vorschiebt und man ist gar nicht man selbst. Ich so interpretiere Stockhausen heute auch. Also diese Vielfalt in der Kunst, auch hier eine Möglichkeit der kulturell- gesellschaftlichen Verarbeitung zu geben, finde ich unglaublich wichtig und auch das macht das Medienereignis aus, die Ikonografie des Terrors und hier schließt sich für mich wieder der Kreis, weil es genau das ist, worauf jetzt in dem Fall der Terror und die Dschihadisten das angelegt haben, nämlich eine Ikonografie zu schaffen, zu erschaffen, eine Propaganda der Tat zu inszenieren, zu initiieren und auch zu verstehen, dass nicht allein die Toten das Ziel dieses Terrorakts waren, sondern die Bilder, die daraus entstanden sind. Das ist für mich in diesem Abstand von 20 Jahren klarer denn je. Also hier wurden Menschen geopfert, um diese Bilder entstehen zu lassen. Und das hätte man damals 2001 für eine sehr wagemutige These gehalten, die hat sich aber für mich im Rückblick eigentlich vollkommen so bestätigt, Terrorismus, gerade im Islam, Islamisten haben inzwischen sehr professionelle Propagandaabteilungen, die Videos produzieren. Ich kann nicht empfehlen, sich diese Videos anzuschauen, aber ich habe mir auch ein paar angeschaut, das sind die mit den abgeschnittenen Köpfen, das lebendigen Bleibe verbrannt wird. Ich kann niemandem empfehlen, diese Videos anzuschauen, das ist schrecklich, das ist grauenhaft, aber das sind hochprofessionell gemachte Videos mit Musik hinterlegt. Ich habe irgendwo gelesen, dass die jetzt x-fach geprobt werden, bevor die wirklich dann gefilmt werden, weshalb die dann dort zur Hinrichtung verurteilten auch gar nicht mehr zucken, wenn ihnen doch plötzlich das Messer an die Kehle gehalten wird. Das ist x-fach geprobt und dann wird der Akt vollzogen und es wird gefilmt und ins Netz gestellt. Das heißt, wir haben es hier mit einem riesigen Phänomen transportiert über soziale Medien heute zu tun, wo ganz viele Ikonographien neu geschaffen werden, die auch wieder zu Bildern des Terrors werden, die sich vielleicht nicht so wie am 11. September 2001 so rasant verbreiten und in alle Welt verbreiten, aber die vielleicht ein bisschen fragmentarischer sind, aber die trotzdem zu einer gewissen Stringenz führen, wie Terrorismus heute gesehen und interpretiert wird. Und ich finde einen Punkt noch wichtig bei der Instrumentalisierungsthese dürfen wir auch eines nicht vergessen, diesen sogenannten Werter-Effekt. Also das heißt, das, was wir da möglicherweise zeigen als Journalistinnen und Journalisten kann natürlich zu Nachahmung führen und hatte, hat auch in der Vergangenheit zu Nachahmung geführt. Das heißt, auch hier liegt eine riesige Verantwortung. Also eigentlich ist die kaum diese Last zu tragen für Medienschaffende, diese Entscheidung zu treffen, will ich das zeigen oder nicht. Denn die hängt unmittelbar damit zusammen. Christchurch ist ein Stichwort, der Täter hat es dann live gefilmt, gestreamt im Netz. Das sind alles Menschen, wie man heute weiß, die das vorher in ähnlicher Weise gesehen haben und gesagt haben, so mache ich es auch. Also so räche ich mich, möchte, in alle Welt verbreitet wird. Und mit sozialen Medien hat inzwischen jeder die Möglichkeit, so etwas live ins Netz zu stellen. Vielen Dank. Das ist tatsächlich eine gute Abrundung Ihrer Ausführungen, Herr Weichert, zu unserer Diskussion. Weshalb ich jetzt nochmal in Ihre Diskussionsrunde fragen möchte, ob Sie gegenseitig eine Frage hätten, die ich jetzt nicht moderiere, sondern Sie einander noch stellen wollen, bevor wir nach erneuter Frage schauen, ob das Publikum sich noch einbringt, aber ich glaube, die Verantwortung des Sumarischen liegt jetzt bei uns als Diskutanten, deshalb Frau Zegri oder Frau von Kessel gäbe es ihrerseits noch eine Anmerkung zu unserem Gespräch. Nein, von meiner Seite aus nicht. Ich bin gespannt auf die Fragen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Lässt sich aus dem Publikum eine Bemerkung oder eine Frage herauslesen? Das Publikum hält sich noch etwas zurück mit Fragen, aber Thorsten Meier gibt immer zwischendurch so ein bisschen auch rein, woran ihn das, worüber wir hier gesprochen haben, auch erinnert oder welche Gedanken ihm dazu kamen. Er schreibt, er dachte damals, also an 9-11, dass die Atomraketen losfliegen und als wir über die Videos sprachen mit den abgetrennten Köpfen, dass er auch solche Videos kennt, nämlich von amerikanischen GIs, die brutal hingerichtet wurden, aber wir können jetzt natürlich noch mal dazu ermuntern, wirklich noch mal die Gelegenheit zu nutzen, eine Frage zu stellen und ansonsten möchten wir Sie natürlich dazu ermuntern, zu uns nach Mannheim zu kommen und sich die Ausstellung vor Ort anzuschauen. Ja, tatsächlich bietet die Ausstellung viele Diskurse an, die hier auch angerissen wurden, inklusive der letzten Ausführung von Stefan Weichert, wo ich das Werk von Kevin B. Lee und Chloe Galliver-Lenay erwähnen darf, The Bottle Songs of Lost Children, eine Mehrkanal-Videoinstallation, die den analytischen Dialog zweier Künstler und Wissenschaftler dokumentiert, also ihre Bildschirme wurden gefilmt, live aufgezeichnet und zeigen, wie sie versuchen, einem französischen Medienarchiv zu folgen, das als einziges weltweit verschiedene, ganz grausame Sequenzen der IS-Propaganda noch gespeichert hat, abrufbar hält und auf dieser Basis entwickelt sie ihre Recherche dahin, wie der IS seine Bilder produziert und welche Medienstrategien tatsächlich verwendet werden, also auch aus dem Gaming, aus der Hollywood-Ästhetik kommend, dass hier Inszenierungspraktiken eingesetzt werden, die noch mal ganz anders funktionieren als 9-11, wo es ja vor allem um diesen Laocon-Moment des Einschlags geht, der medial erfahrbar wird, also der Feuerball des Einschlags, die Sekunde des zerstörten Südturms, während dieses Narrativ der Grausamkeit, das Herr Weichert auch erwähnt hat, also Köpfe abschneiden, wesentlich erschreicher zurückgeht in die Zeit auch der französischen Revolution, wo die Köpfe abgeschnitten und herumgetragen wurden, um damit Tugend und Terror zu verbinden und dieses grausame Moment dann etwas weniger grausam angeblich durch die Guillotine ersetzt wurde und dann hatte man plötzlich das Problem, ja, es fehlt die Sensation, wenn das alles so schnell geht und aus diesem Ritual heraus musste dann die Praktik des Medusenhaupts wieder hervorgeholt werden, nämlich um Louis Cesse auch Tod zu demonstrieren, also dieser Teufelskreis ist enorm, wie schafft man es eben Gewalt wirklich für das Volk so darzubieten, dass der Schock auch wahrgenommen wird und ich glaube die oder ich hoffe die Ausstellung zeigt, dass in vielen verschiedenen Momenten, weshalb ich auch alle Zuhörenden nur ermuntern möchte, kommen Sie zu uns in den Dialog, wir haben Kuratorenführungen mit mir in den nächsten Wochen und bieten ein weiteres Begleitprogramm an, das ABC des Terrorismus geht weiter und insbesondere am 6. Oktober kann ich schon zu einem Podium einladen, wo Künstlerinnen der Ausstellung, also Morishin Aliari, Johann Grimund Press und Henrike Naumann werden über ihre Arbeiten sprechen im Zusammenhang mit unserem wissenschaftlichen Beirat und einem Symposium über Dschihadismus online, wie also aktuell Terrorismus vor allem über soziale Medien und Online-Propaganda funktioniert und nicht mehr darauf angewiesen ist, dass ein Kameramann in New York die Perspektive richtig hält, sondern es ist ein Automatismus, man produziert die Bilder also selbst. Das zum Ausblick auf unser Programm und falls Ihrerseits jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, auch nicht in unserem Plenum, würde ich mich ganz herzlich bedanken machen, fürs Mitdiskutieren, für Ihre Ausführungen, für die auch emotionalen Berichte aus Ihrer eigenen Erfahrungen, für die Lesung, Frau von Kessel, aus Ihrem Roman und gebe damit zurück an Dörte Dennemann, die wahrscheinlich unser Podium jetzt schließen wird. Ja, ich kann dem nichts hinzufügen, außer dem herzlichen Dank, dass Sie alle teilgenommen haben, dass Sie sich zu Hause zugeschaltet haben, wir konnten unsere Gäste glücklicherweise gewinnen, auch ein kleines Statement noch zu liefern, was wir bald auf unserer Website im Blog zur Ausstellung veröffentlichen werden und bleiben Sie uns gewogen, wir wissen nicht, wie viele Veranstaltungen wir hier vor Ort auch machen können in der nächsten Zeit, heute sind wir sowieso ganz online und digital, aber auch die weiteren Veranstaltungen werden wir eigentlich immer wenn nicht sowieso ganz digital, auf jeden Fall hybrid durchführen, das heißt, Sie können uns hier vor Ort besuchen und auch digital von New York aus Afghanistan, weiß ich nicht, aber von überall eigentlich zuschauen. Ja, vielen Dank und ich kann auch auf den Katalog noch mal hinweisen, im Kerber Verlag, jetzt im Druck mit Beiträgen verschiedener Autorinnen, die das Thema und vor allem die drei Sektionen der Ausstellung aufgreifen, wird bald erscheinen und damit seien Sie schon vorbereitet. Vielen Dank. Jetzt gibt es doch noch einen kleinen Kommentar von Jurika Volarevic. Vielen Dank für diese wunderbare Veranstaltung. Ich bin nachhaltig beeindruckt, wie das Podium diese auch nach 20 Jahren höchst traumatischen Ereignisse eingeordnet haben. Danke, das möchte ich auch an die Referenten weitergeben. Vielen, vielen Dank und alle noch einen schönen Abend und einen individuellen Gedenktag am 11. September. Tschüss. Danke, schön, wir sehen uns einen schönen Abend noch. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020